Hallo, grüß euch. Ich bin eine Transgender Person, die Fußball spielt. Ich spiele seit ungefähr 20 Jahren und zusätzlich bin ich Coach seit meinem 16. Lebensjahr. Für mich ist es wichtig, dass das Thema der Sexualität angesprochen wird, entweder von Coaches oder von Personen, die das Mentaltraining oder die Physiotherapie übernehmen oder auch von Teamkollegen, es soll im Sportbereich nicht nur die Leistung zählen, sondern auch das Private und man fühlt sich einfach selber wohler und stärker. Für mich wäre es leichter gewesen, wenn ich mit Leuten gesprochen hätte, also mit meinen Teamkolleginnen damals oder eben auch Coaches. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, geht es zu den Teamkolleginnen oder geht es vorher zu der Familie oder zu Freunden. Seid wirklich, probiert ehrlich zu euch selbst zu sein. Ich weiß, es ist schwierig, also ich habe lange gebraucht. Vielfalt ist stärker gemeinsam für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sport. Gut. Gut. Gut.